Hallo, herzlich willkommen zu Deutsch in sieben Tagen. Hi and welcome to Deutsch in sieben Tagen, to learn German in seven days. Heute beginnen wir mit dem ersten Tag der Begrüßung. Today we start with day one, with introducing yourself. Guten Tag, hello. Darf ich mich vorstellen? May I introduce myself? Ich heiße Max Biber. I'm Max Biber. Max ist mein Vorname. Max is my first name. Biber ist mein Nachname. Biber is my last name. Ich bin 22 Jahre alt. I'm 22 years old. Ich komme aus Deutschland. I'm from Germany. Ich bin Deutscher. I'm German. Ich lebe in Biberach an der Riss, im Bundesland Baden-Württemberg. I'm from Biberach an der Riss, from the Federal State Baden-Württemberg. Ich wohne in der Biberstraße 3. Ich bin Student. Ich studiere an der Universität Tübingen Biologie. Ich habe eine E-Mail-Adresse. Ich habe eine E-Mail-Adresse. I have an E-Mail-Adress. Das war der erste Tag, die Begrüßung. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu dieser Lektion, dann markiere sie im Text. Nimm da eine Maus und hinterlasse eine Notiz oder markiere sie als wichtig. If you have any questions about this exercise, if something remained unclear, or if you would like to discuss a point, then highlight the text that is unclear and a pop-up should, a speech bubble should pop up and this speech bubble allows you to make it, create a new note or to highlight the text to indicate also to other people that this section is important. So, Dankeschön und bis zur nächsten Lektion. Thank you and see you at the next lecture.